Hallo Freunde der Spiekultur und willkommen zurück bei Metro 2033 in der Station, wo ich den Weg nicht mehr finde. Immer eben eine Maske, obwohl ich glaube ich bräuchte sie eigentlich gar nicht hier. Okay, das Schloss kann ich nicht aufschießen. Deshalb gar nicht mal so einfach, vor allem weil hier auch das eine oder andere kleine Vieh rumrennt und ich nicht in die Löcher reinfallen darf, die auf dem Boden rumliegen. Genau, von hier bin ich ja gekommen. Hier war ja der andere Safe, den haben wir ja geöffnet. Also, ne? Immer diese Löcher, ne? Wodurch die Viecher kommen. Ich hör dich. Ich weiß gar nicht, wie oft ich schon die Munition von dem eingesammelt habe. Verdammte Mistviecher. Tja, als wenn du wüsstest, wenn ich nachlade, ne? So, das ist der andere gewesen. Vor allem so tief sind die Löcher gar nicht. Komm her. Und dann? Die Löcher. Los geht's nicht. Ja. Los geht's nicht. Ich hör dich. Wolle mich nicht. Diese Löcher muss nicht mehr. Ich geh. tot kostet mich gerade unnötig viel Munition, oder? Ich hätte auch gern so einen Lampendynamo. Ok, ich warte buchstäblich durch einen Sumpf aus Menschenblut, wir töten andere Leute so schnell, wir töten sie für einen Lebensraum, für ein bisschen Fleisch, für eine abstrakte Idee. Unsere ganze Zivilisation wurde auf den Gebeinen von Menschen aufgebaut und selbst jetzt, wo wir sie bis auf die Grundmauern abgerießen haben, uns an den Rand des Auslöschungen durch die Grauen gebracht haben, die von dieser neuen Welt geschaffen wurden, töten wir uns immer noch gegenseitig, jene die gestorben sind, hatten vermutlich auch Familien, Freunde, verdammt, ihre Eltern leben vielleicht noch, sie sind gestorben, weil sie ihre Station vor Mutanten beschützen wollten, nicht vor anderen Menschen, aber durch die Eisenvisiere sehen Tier und Mensch völlig gleich aus, und hier stehe ich jetzt, versuche andere Menschen vor dem Bestien und sich selbst zu retten. Nimm mal lieber Arkadas noch ein bisschen mehr Munition. Oh, die Viecher kosten echt Munition, ne? Ah, ich weiß, dass ganz hinten auch noch Muni war. Aua! Ich hänge hier in der Schiene so halb fest. Du wolltest wahrscheinlich gerade durch das Brett kacken. Habe ich dadurch irgendwen wütend gemacht? Unwahrscheinlich, oder? Als wären die Bestien hier auf Musik stehen. 橋 Okay? Mal gucken. Ich dachte mir würde Bye. Wir sehen uns jetzt mal. Himself ist. Sicher ist an. Vor allem, wie schnell die abgefressen sind, ne? Sind aber anscheinend auf dem richtigen Weg. Mal gucken. Mama, du hast es versprochen. Hau ab, lass mich in Ruhe. Mama hat gesagt, ich soll nicht mit Fremden sprechen. Bitte, Onkel, bist du verletzt? Sag etwas. Er wacht nicht auf. Ich glaube, er ist tot. Er ist tot, oder? Wie komme ich jetzt nach Hause? Du nimmst mich mit? Ich kenne dich gar nicht. Aber wenn nicht, werde ich wohl von den Monstern gefressen. Du hast eine Waffe? Okay, dann sollte ich wohl mit dir gehen. Du kannst Monster erschießen, oder? Okay, mein Name ist Sascha. Du schießt und ich gebe dir Rückendeckung. Klettert ihr auf meinen Rücken? Och, du Kacke. Ich hasse es, meinen Onkel hier zu lassen. Ich habe meinen Onkel besucht. Er wollte mich nach Hause bringen, als die Monster kamen. Sie sprangen ihn an. Er begann zu schießen, aber dann hat ihn ein großer Nosales ins Genick gebissen. Aber Onkel ist wirklich stark. Er hat ihn mit dem Messer getötet. Du siehst... Diese Kinder in der Metro. Manchmal habe ich das Gefühl, dass jene, die im Untergrund geboren wurden, nie die Sonne gesehen haben. Eine völlig neue Art sind. Eine völlig neue Art sind. Dieser Junge ist gerade durch die Hölle gegangen, hat nur aus purem Glück überlebt und er verhält sich, als sei nichts gewesen. Er spricht ruhig und rational. Ich erinnere mich an den Tag in der Station, in der meine Mutter und ich zuerst lebten, als wir in die Metro gegangen waren. Wir wurden von Ratten angegriffen. Mutter starb. Und die Ratten sie... Und ich wurde von Sukhoi gerettet. Er erzählte, ich habe danach mehrere Monate lang nicht gesprochen. Kein Wort. Und dieser kleine Junge? Vielleicht härtet die Metro uns ab. Vielleicht werden die Generationen, die ohne Sonne aufwachsen, aber auch ohne Furcht, die Erde zurückerobern, wenn ihnen die Chance gegeben wird. Siehst nicht so stark aus wie Onkel. Ich werde dir helfen müssen, sonst werden wir beide gefressen. Boah, durch den auf dem Rücken kann ich mich ganz schön schwammig noch bewegen, habe ich das Gefühl. Ja, da und jetzt. Aua. Ach, da sind die Löcher. Na, da geht's lang. Oh nein! Bin ich rückwärts in die dämliche Falle reingelaufen? Da war ich, da war ich. Da! Bin ich nicht 100% sicher, ob der da unten reingelaufen ist. Oder ob der tot war. Da ist noch einer! Dämliche Löcher! Wie ich sie hasse. Ich kann nicht mehr rennen mit dem Typ auf dem Rücken. So, jetzt ist er wirklich gestorben dabei. Wie wär's, wenn der Junge sowas sagt wie, Achtung, Loch voraus! Hey, da kommt einer von hinten angekrochen! Da! Da ist doch einer! Hey, da kommt einer von hinten angekrochen! Ich bin mir nicht so, ob du wirklich Hilfe für mich bedeutest. So, ob du ihn wenigstens erwischt hast. So, ob du wenigstens einen erwischt hast. Hey! Da kommt einer von hinten angekrochen! Wie auch immer du ihn sehen wolltest. Ich darf sie nicht anfassen, aber da ist Moon in dem Schrank! In dem da! Tja, und weißt du auch, wo der Schlüssel ist für die andere Moon? Natürlich nicht, ne? Du bist eine... Du bist eine große Hilfe. Wir sind Teddy haben. Oder auch nicht. Warum sollte man eine kaputt gehen? Weißt du was, was ich nicht weiß? Mal eben ganz kurz das Licht aufladen. Krass, oder wie die darauf gewartet haben, dass ich mal meine Sachen, beziehungsweise meine Waffe wegstecke. Bitte. Aufpassen! Da! Hey, auflassen! Das Licht mögen die nicht so, ne? Bisschen Mund. Hey, da kommt einer von hinten angekrochen! Ich komme auf jeden Fall bei allen Ecken zu spät. Hey, pass auf, da ist ein Loch! Danke. Und da auch. Die Leute sollten hier drin keine Granaten werfen. Mama sagt, die Decke ist schwach und könnte einstürzen. Hey, aufpassen! Da ist noch einer! Kommt doch, traut euch doch! Hey, da kommt einer von hinten angekrochen! Ich weiß, deshalb sind wir auch ein bisschen vorgerannt. Wir holen nur noch eben die Mund von hier. Hey, was ist das? Sieht aus wie ein Draht! Der hat mich vorhin auch vor einem anderen Draht warnen können. Da! Da! Meinte sowas wie, guck mal, da, Draht! Ich bin da allzu neugierig! Boah! Äh... Ähm... Es ist nur so, dass du eigentlich im Moment, egal wo du hingehst, du wirst überall gefressen. Du wirst nicht berühmt, du wirst sterben, wenn wir zum Himmel hochgehen. Meinst du, wir können ganz bis zum Himmel hochklettern? Moment, so hoch wollte ich doch gar nicht wirklich. Lass mich nicht fallen. Kein Problem, ich habe Sascha mitgebracht. Lass mich gehen, sie sucht nach mir. Lass mich gehen, lass mich zu dir gehen. Danke, Mann. Habe zu mir auch, wie viel der Junge bedeutet? Sein Vater ist uns allen wichtig und wenn sein Sohn gestorben wäre, hätte ihm das umgebracht. Onkel ist tot, Mama. Aber dieser Mann hat mich getragen. Auf seinen Schultern. Ich habe ihm geholfen, die Monster abzuschießen. Mama, ich habe den Himmel gesehen. Oh Gott, armer Sir Yosha. Danke, dass Sie meinen Sohn gerettet haben. Das kann ich nicht wiedergutmachen. Aber nehmen Sie diese Patronin. Wenigstens etwas. Behalten Sie die Patronen. Die schwarze Station ist nicht weit von hier. Aber der Tunnel führt in die andere Richtung. Sie müssen an die Oberfläche. Seien Sie vorsichtig. Neue Monster sind hier aufgetaucht. Faschisten. Sie haben in den zerstörten Gebäuden draußen einen Posten errichtet. Auf dem Platz finden Sie eine U-Bahn-Kreuzung, die zur schwarzen Station führt. Die Jungs werden sie rauslassen. Ich wünsche Ihnen viel Glück, Ranger. Danke, übertrieben nett bist du. Zwischen den ganzen Flüchtlingen hier. Na, was machst du, ein Kleiner? Hauptsache es gibt noch Schweine. Für die Rettung Ihres Kindes bietet sie mir ein paar Patronen. Als wenn ich eine Wahl hätte. Aber was früher normal war, scheint jetzt seltsam zu sein. Und was die Welt früher angeekelt hat, lässt heute niemand mehr die Nase rümpfen. Was soll ich tun? Die Belohnung ablehnen und sie beleidigen? Die Belohnung nehmen und zugeben, dass ich ein Kind gerettet habe, nur um eine Belohnung zu erhaschen? Die Tage, in denen die Menschen leben, ein Menschenleben, ein Kinderleben, unbezahlbar war, sind längst vorbei. Heute haben wir alle einen Preis. Die Patronen, die mir für die Rettung des Jungen angegeben wurden, scheinen ein guter Deal zu sein. Der übliche Preis für ein Leben liegt bei einer Patrone. Gerade genug, um sie anzunehmen. Hm. Ach, du bist Patronenverkäufer. Boah. Was hast du? VSV, Taumler, Nikolaschnikow. Für Sie, einfach kaufen und schießen. Nehmen Sie sie, ist die letzte. Hm. Aha, etwas Neues, größeres Magazin. Da gibt es nichts Neues. Luftdichtventil. Ah, verliert keine Luft mehr. Und irgendwas Neues für die Schrotflinte? Ne, der hat auch maximal den Laserpointer. Ich behalte die Bewaffnung, obwohl die Kalaschnikow wahrscheinlich einen Tick besser wäre, ne? Ruhig halt die Stimmen. Der beste Wechselkurs in der ganzen Metro. Noch mehr kann ich nicht verkaufen. Der Rest ist reserviert. Nehmen Sie sich ein paar. Hatte ich nicht vorhin auch schon zwölf Bolzen? Mehr habe ich nicht. Gern gescheit. Tja. Dann werden die Jungs mich nächstes Mal rauslassen hier. Weiter auf den Weg zur schwarzen Station. Man sieht auch, der Pfeil geht in die Richtung. Eine Funknachricht soll ich absenden und mich an die Oberfläche begeben und den Sender finden. Ich bin gespannt. Also, bis zum nächsten Mal. Euer Doc. In der Metro. gather' nach so. Haben wir nicht. Wir heiligen. Wir sehen. Wir sehen. Wir sehen.